Mal gucken, was er mir jetzt zu sagen hat, nachdem ich sie dazu gebracht habe, zu verschwinden. Und ja, ich sollte mit diesem Charakter definitiv aufhören, wahllos Leuten aus gutem Zweck zu helfen. Das passt einfach nicht zu ihm. Und auch nicht zu meiner Gruppe. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Okay. Also er gibt mir nix mehr. Ihr könnt ihn jetzt trotzdem einfach töten und mir an mich nehmen, was er so hat. Stirb. Oh, ich werde meine Milch. Ich lasse nur meinen Lebenssaft. Ich werde mich rechnen. Lass uns ordentlich verdätschen. Ich bleibe. Ja, ich bin fair genug. Worum geht Lass uns ordentlich verdätschen? So. Er hat ja auch noch eine Keule. Ein Drang der Stärke. Eine Keule plus eins. Sein Knochenharnisch. Sein Uncake-Beschwörungs-Dings. Das kann da rein. Das kann da rein. Ganz ehrlich, jetzt können wir auch noch das Ding da reinpacken. Das hat immerhin 400 Erfahrungen für die Baumhürden gebracht. Und 400 für die Ankeks? Ne, 400 wahrscheinlich für ihn, oder? Ne, sieht ganz da noch aus. Äh, also 4000. Also nochmal. Jetzt können wir kurz hier rasten. Worum geht es diesmal? So, okay, dürfen wir jetzt rasten? Ja, durften wir. Dann heilen wir mal und rasten dann nochmal. Zwar auch nicht unbedingt der Ausgang, den ich beabsichtigt hatte, aber immer noch besser ist, dass wir Dorn und, äh, Bikonia an den Hals fallen. Zwar auch nicht mehr. Speichern und mal rasten. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Allerdings ist es gut. Nein. Nochmal gegen zwei will ich nicht antreten. Die machen dann doch ein bisschen zu sehr Auer. Gegen Spinnen habe ich auch gerade keine Lust. Wie kann ich helfen? Yes. Yes, I will. Die machen dann doch ein bisschen zu sehr Auer. Die machen dann doch ein bisschen zu sehr Auer. So haben wir das lösen können, ohne Bonuspunkte zu kassieren. So haben wir auch keine Minuspunkte. Das ist das größte Spaß. Oh, noch ein Baumhörter von unten. Okay, nicht nur einer. Oh, noch ein Baumhörter. No. I'll recover. Okay. Das steht doch. Your Not betrifft uns nicht. Eine Falle, ja, aber die wurde für uns gestellt, nicht von uns. Beim Erkunden erhöhen sind wir oft in diesem tödlichen Schimmel geraten. Die Haut ist aufgeweicht, hat Blasen gebildet. Wir können uns nicht bewegen, nur hier liegen und auf die Erlösung durch den Tod warten. Es muss auch irgendein Heilmittel für diese Krankheit geben. Wie könnt ihr helfen? Wir können nicht einmal stehen. Diese Krankheit hat bereits zwei meiner Soldaten getötet. Ich sehe hier keine Leichen. Es gibt keine Leichen. Ihre Körper haben sich aufgelöst. Sie sind nur noch Schleimpfützen. Aus der Ferne habe ich gesehen, wie ein Mann in einer Roben, in einer Robenflechten von einer Höhlenwand kratzt. Vielleicht hat er eine Antwort. Ich habe ihn getroffen. Er heißt Ferus. Ich habe ein Heilmittel aus seiner Kammer mitgenommen. Vielleicht kann der euch helfen. Wirklich, der Dame, nein, danke. Nimm deinen Schluck und wenn ihr euch stärker fühlt, könnt ihr die anderen Soldaten damit heilen. Dank mir. Kehler hat euch bloß an den Rand der Vergessenheit geführt. Hier trinkt etwas davon, dann helft euren Truppen. Mir ist nicht mehr so schwindelig. Ja, ich glaube, ich kann jetzt stehen. Danke, mein Freund. Ihr habt mir mehr getan, als ich jemals für Möglichkeiten hätte. Wartet kurz, während ich den anderen helfe. Da gibt es ja der Kreuzritter. Wärt ihr nicht gewesen, hätten uns... Hätte unser Schicksal... Hätte uns alle dieses Schicksal eid. Sagt Kenin beim Vorzeigen, es liegt von hier, dass ihr mir geholfen habt. Er wird euch belohnen. Und hier, dieses Siegel ist das Zeichnen, es war ein Kreuzritter. Es gibt drauf acht. Okay, Grünschleim. Gut, jetzt haben wir ein Kreuzrittersiegel. Obwohl ich nicht mal sicher bin, ob ich nicht schon eins hätte. Wer hat das jetzt gekriegt? Habe ich das? Und so, wir hatten das jetzt. Ich habe hier Kerem's Abzeichnen. Ich habe hier Siegel von Kayla. Ja. Schwachkopf, ihr habt sogar gebraucht, um dieses Monster zu töten. Wir hätten sterben können. Caelid, an der Oberfläche reden sie nicht, wie wir schon vergessen. Wir sprechen jetzt wie Surface-Dwellers? Ich glaube, an der Surface würden sie Dank geben. Wie leidend. Sehr gut. Müssen wir jetzt wie Oberflächenbewohner reden. An der Oberfläche würden sie sich wohl bedanken. Wie lästig. Na gut, danke, dass ihr uns gerettet habt. Keine Ursache. Es freut mich immer, wenn ich ein Leben retten und dann noch eine wertvolle Diktion in Oberflächenetikette erteilen kann. Wieso habt ihr uns gerettet? Ihr müsst im Gegenzug dafür etwas erwarten. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Nun geht. Ich dachte, ihr hättet vielleicht etwas, was meiner Zeit würdig ist, wenn ich verschwindet. Verschwinden wir hier. Okay, ich habe gerade zwei Drow gerettet. Oh, noch mehr von diesen Waldköpfen. Okay, viele Baumhörsten. Das war Viconia. Wo war mein letzter Quicksave? Oh Gott, nein. Vick, ihr braucht nur zu fragen. Ja? Hi there. Worum geht es diesmal? In Kirkus. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ähm, mach mal Magie bannen. Du bist da hinten noch? Okay. Dorn, hör auf, Leute zu hauen. Böser Dorn. Okay. Wir müssen eh warten, bis die Ranken verschwinden, bevor wir den nächsten Quick-Safe machen können. Soweit ich weiß, ja, kann ich gerade nicht speichern, weil da Ranken sind. Jetzt kann ich einen Quick-Safe machen. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht.